Scrum ist ein erfolgreiches und häufig verwendetes agiles Framework. Es hilft, jedes komplexe Projekt effizient zu verwalten, einschließlich des Logistikmanagements, der Softwareentwicklung oder einer Veranstaltung. Im ersten Schritt erstellt der Produktbesitzer eine geordnete Liste aller Anforderungen, die als Produktbacklog bezeichnet wird. Im nächsten Schritt beginnt der Produktbesitzer in Zusammenarbeit mit den Scrum Masters mit der Sprintplanung, indem er ein Sprintbacklog erstellt, das eine bestimmte Anzahl von Aufgaben aus dem Produktbacklog enthält, die in 1 bis 4 Wochen erledigt werden können. Die Teammitglieder müssen die vorgegebenen Aufgaben mithilfe des Scrum Masters in einem bestimmten zeitlich begrenzten Zyklus, der Sprint genannt wird, erledigen. Der Arbeitsfortschritt wird täglich im Daily Scrum Meeting besprochen. Am Ende jedes Scrum Sprints findet das Scrum Review Meeting statt. Wenn alle Aufgaben in einem Sprint abgeschlossen sind, wird ein potenzielles auslieferbares Produktinkrement erstellt. In der Sprint-Retrospektive finden Themen wie was hat gut funktioniert oder was könnte verbessert werden statt. Wenn der Scrum Sprint abgeschlossen ist, wird ein neues Scrum mit den nächsten Aufgaben aus dem Produktbacklog geplant. In der Sprint-Retrospektive